hallo meine styrischen freunde weiter geht mit der last stand of the mate so wir sind wieder voll im rennen also jetzt gefällt es mir richtig also heute ist langsam müssen wir es mal schaffen hier haben ziemlich viel gefunden spritzen sind auch mega also spritzen haben wir auch mega viele gefunden schon fast wieder vor der versunkenen stadt manchmal ist aber auch komisch nichts drin hier oder was metalldose leere metalldose ja dosenmedizin ausdauern heilung geht es aber nicht sterb man haben wir hier und und das ausdauer ausdauer heilung was ich schon mal lese es ist hier ist ausdauer gegen gift zu heilen besonders wichtig scheint irgendwas zu sein hier ein akku das ist geil akkus sind immer geil ja auf jeden fall sind wir übelst gut dran jetzt gerade hier also es läuft wieder wie am schnürchen gerade auch solche schon ein paar mal gesagt aber jetzt läuft es wirklich also was denn da vorne los sieht doch das hier ich hoffe den hochjagen kann was wird denn das jetzt da gab es nicht ja das gibt es noch nicht jetzt kommen sie alle auf jeden fall munition ohne ende aber ich finde es krass wie die level immer wechseln also das ist wirklich krass die war ich auch noch nicht also es ist schon geil wie das gemacht haben dass es immer so verschieden ist so übelst verschieden eigentlich der hat er voll ausgerüstet hier verpanzert du bist halt doof sag mal naja wie macht es nichts wenn du da was ist denn das jetzt hier was ist denn das jetzt hier macht er das nicht kaputt was ich mache den was das hier ist schon offen Okay, ist ja auch krass. Gut, hier liegt noch Munition. Doch nicht. Ich weiß, achso, da geht dann so ein Container auf, stimmt. Und, kommst du jetzt rüber oder kommst du nicht rüber? So, das trägst du. So, machen wir das auf. 150. Durch bis zum Patronenverbände, vier Stück. Ich nimm's mit. Ich brauch die Munition auf jeden Fall. Ich brauch auf jeden Fall Munition. So. So, hier ist er eingepackt oder was? Na gut. Ich muss erst mal was verkaufen hier. Also, überall Tischer. Wo sind alle herkommen? Wo sind alle herkommen, meine ich? Gibt's ja wohl nicht. So, nochmal schnell. Einen Moment, bitte. So, haben wir hier dran. Ja, ich möchte ein bisschen was verkaufen. Zwei Brauchter für mich, die brauche ich gar nicht. M16 brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Aufsätze. Hm, erstmal mal. Gewehr. Hilftropfen. Granaten lassen wir. Gleich steht, da freu ich mich. Verkaufen auch mal. Sonstiges. Akkushammer. Verkaufen. 50 Stück für sieben. Wird können wir verkaufen. So, hat er ja sowieso nicht. Aber so logisch was gebaut hat's auch nicht. Manchmal hast du überhaupt keine Container, wo eine Spritze drin ist. Und hier hast du es wieder. Ist er da nachher geschmissen. Genau das und nichts anderes. Er hat ja keine Munition. Nackt Gewehr. Und ich habe ja wieder ein 60 Schuss. Okay, ist ja gut. Wir haben auch wieder 100 Schuss. Da ist es auskostet. Gut. Wollen wir wieder ab. Ich dachte eigentlich, wie kommt das da runter? Aber gut, dann nicht. Warte, Blockhaus. Gibt es auf jeden Fall eine Spritze, so wie es aussieht. Och, was ist das? Oh, was haben wir denn hier? Irgendwo Irgendwo liegt hier wieder was schönes, äh ein Orki-Torki Sterbungen mit einem komischen Tropfen Mit einem Akku, das gibt es ja gar nicht Sagt doch, manchmal findest du gar nichts, überhaupt nichts und dann Ein paar Dosenbomben machen Da kommt man drüber, unter mich gerade So, wo ist der Scheiß von gerüttet? So Sind sie aber auch dämlich, aber ich ja auch, hm, wahrscheinlich wäre ich noch nicht so viel gestorben, sag ich jetzt mal Sollte reichen, ok Wo ist denn das Doofe? Soll ich noch nicht mit der Brühe Ich seh's nicht, Leute, ich seh's nicht Soll ich sie auch nicht Soll ich mich noch nicht Ah hier Zara mal Blind, einfach nur blind ich sage mit meiner Frau die soll sich eine Brille machen lassen aber am Ende bin ich dass der blind ist na ja zwei Verbände sind immer gut kann man mal so eine Waffe machen genau das ist alles das Schwert ist übelst geil aber ist alles viel zu unhandlich das ist sollte ich das gerne machen aber wie gesagt das ist wirklich unhandlich so hier hinten ist noch was und das jetzt ich nehme das schnell jetzt hier ist noch Sprit ich nehme dich an Oh Alkohol, Wahnsinn. Das ist noch was. Komm, lad dich auf. Da muss ich noch was putzeln, glaub ich. Ganziges Heilmittel, genau. Das war nicht viel, aber Gegengift. Gegengift haben wir noch mehr. Jetzt schon ein paar Bände können wir auch nicht viel machen. So, Quatsch. So, machen wir die Karre voll, wa? Nicht ganz Spritze noch rollen hier. Geil, geil, geil Leute, geil. Bauernhof. Fahr mal hin. Ja, da kann ich's machen, das Ding. So, was haben wir denn hier? Stein, brauchen wir nicht. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Entschen wir an da, das ist schon mal. Das soll auch immer weggehen, dass ich voll bin. Boah du blödes Miststück, ich meine ob das auch irgendwann mal weg geht, das Zeichen da oben, dass ich voll bin, ich weiß es doch, ja das ist komisch. Das ist ja so ein fetter, sieht es ja nicht aus, hier 27 Schuss, ich muss mal die Waffe wechseln, sonst wird das nichts mehr hier, was haben wir hier? Genau. Genau. Okay. 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 Genau. Heffert nichts kann ich machen. AUN nichts kann ich machen. Ca auch nichts! ich müssen hier vorne los. Ach schief man, Geselle, was soll denn das für ein Quatsch sein? Noch ein Akku, jetzt kommen sie alle Das gibt's ja kaum nicht Überall Akkus, alle sollen mit Akkus fallen Alles nur mit Akkus fallen Oh, schon schrubten Oh, schon schrubten Geht sowas Der Abtom ist gebohrt So Hier gibt's doch bestimmt Munition für mich Geht was Nichts gibt's hier Dritt Geht's eigentlich hier durchlaufen? Ja, jetzt rein Stoßlaufen Bände Ja, Medizin ist immer gut Gut Oder auch jetzt So So Jetzt noch gleich mal die Immer die Obf da weg machen Das geht kaum nicht Das geht kaum nicht Dosen Mh Ausdauer, Heidung Hm So, ab zum Auto So So, meine Lieben Wurde Wurde ich gleich Die Gunst der Stunde Und beende diese Folge Das war's leider schon wieder Lass mir einen Daumen nach oben da Und Schaut beim nächsten Mal wieder rein Bis zum nächsten Mal Tschüss, euer Pepe Bis zum nächsten Mal